Wir sind an der Eröffnung des neuen Coiffeur Salons de Jean-Marie Canazza. Wenn der Meister der Scherenkünste höchstpersönlich die Türen zu seinem neuen Salon öffnet, dann kommen natürlich alle. Ich habe vorhin schon gesehen, dass Jens Diplomis schon eingetrodelt sind. Und darum würde ich sagen, gehen wir jetzt gerade mal zusammen innen gehen, wer dann alles schon da ist. Jean-Marie Canazza ist Puncto Frisuren der Mann des Vertrauens für viele Prominente. Sein Name steht für Haarkultur auf höchstem Niveau. Der Zürcher Coiffeurunternehmer eröffnet an der Seestrasse in Küssnacht einen Luxussalon mit Kosmetikbereich auf 180 Quadratmetern. Im Interview hat er uns sein Erfolgsgeheimnis verraten. Wenn man sagt, dass so viele Leute kommen, musst du ja einen guten Namen haben und hast den auch. Was macht dich aus? Ich glaube ich mache das jetzt relativ lange, über 20 Jahre. Ich glaube Qualität, Ehrlichkeit, Respekt der Menschen, unserer Kundschaft. Wenn sie da rein kommen, können sie sich entspannen und kommen eine tolle Arbeit rüber. Und ich glaube, wenn man das rüber macht, dann kann man Erfolg haben. Qualität. Qualität sieht man auch, wenn man hier rüber schaut. Das ist wunderschön, top Design. Was bedeutet das für dich? Für mich ist es extrem wichtig, mal etwas zu kreieren, das widerspiegelt, wie ich mir das vorstelle, wenn ich zum Coiffeur gehe. Und ich glaube, das ist uns da rein gelungen. Wir haben ein wunderschönes Design und eine spannende Atmosphäre. Ich glaube, es kann sich den Kunden wirklich relaxen. Wir bieten verschiedene schöne Sachen an. Von Coiffeur über Kosmetik. Das sicher alles auf einem sehr hohen Niveau. Und das, mit einem schönen Design, gibt eine runde Geschichte. Und das ist mir am Herzen gelegen. Wir haben hier einen verwirklichen. Mir ist es wirklich am Herzen gelegen, mal etwas anderes zu kreieren. Eine Wohlfühl-Oase, die nicht typisch Coiffeurig ist, sondern ein Wohnzimmer, eine Galerie. Und ich glaube, es ist uns gut gelungen, so wie man sieht. Gefallen tut es nicht nur dem Otto-Normal-Verbraucher, sondern es entspricht auch den hohen Anforderungen der Prominenz. Miss Schweiz-Organisatorin Carina Berger ist eine treue Stammkundin von Jean-Marie Canazza. Vom neuen Laden ist sie hell begeistert. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Ich muss sagen, ich glaube, das ist der schönste Kofferlade, den ich je gesehen habe. Die gelernte Coiffeuse könnte sich gut vorstellen, in Jean-Maries neuem Salon mit anzupacken. Ich habe mich schon ein paar Mal anbaut und habe gesagt, wenn ich dann mal arbeitslos wäre, komme ich wieder Haarwäsche, oder ich gehe Haarschneiden und föhnen. Nicht nur Schweizer Berühmtheiten schwören auf Jean-Marie Canazzas Handwerk. Auch der legendäre Schlagerstar Udo Jürgens vertraut seine Haare seit langer Zeit nur einem an. Ja, er ist ein großartiger Friseur und er ist ein großartiger Haareschneider und ein sehr sympathischer junger Mann. Und ich gehe jetzt seit über zehn Jahren in seinen Laden. Das heißt, jetzt ist dieses Geschäft von Ibia hier. Finde ich übrigens sehr schön. Und ich werde in Zukunft wahrscheinlich hier meine Haare schneiden und nicht mehr in der Stadt, wo er immer arbeitet. Als langjährige Kundin von Canazza wollte auch Sandra Studer die Neueröffnung nicht verpassen. Im Interview spricht sie über ihren vielseitigen Job und über ihre Familie. Sandra Studer, du bist so ausgezeichnete Moderatorin, beinahe Meisterin von ihrem Fach. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Ich habe kein Erfolgsgeheimnis. Also ich glaube, man muss das machen, was einem Spass macht, was man Leidenschaft dafür empfindet. Und was sicher nicht schaden kann, ist, wenn man noch ein bisschen Talent hat. Aber das haben noch viele. Und dass man ein bisschen dranbleibt. Und in meinem Fall, ich mache das jetzt schon sehr lange. Also einfach, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, ist auch nicht schlecht. Genau, Erfahrung macht es aus. Und für was dich auch viele bewundern, ist, dass du eine Grossfamilie und den Job trotzdem alles unter einen Hut bringst. Wie machst du das? Also nicht ganz stressfrei. Ich muss da immer ein bisschen das Bild revidieren. Wenn man das Gefühl hat, das macht man so mit links. Das geht schon nicht so, ehrlich gesagt. Sehr oft, weiss ich auch nicht, ich habe zu wenig Hände und zu wenig Füsse, um alles im Griff zu haben. Aber eben, wenn man halt beides gerne macht, dann geht es. Also ich brauche sehr wenig Zeit für mich selber. Also die habe ich halt wirklich nicht. Aber ich erhole mich mit meiner Familie vom Job. Und beim Job erhole ich mich von der Familie. Also es befruchtet sich gegenseitig. Und darum geht es auch. Zum Schluss haben wir noch den Chef Figaro aller Friseure Valentino Scatina getroffen. Aus seinen Reihen stammt auch Jean-Marie Canazza. Valentino, schön bist du bei uns beim Interview. Dein langjähriger Creative Director Jean-Marie eröffnet heute seinen eigenen neuen Salon. Gibt es etwas, was du ihm gerne mit auf den Weg geben würdest? Ja, es ist ganz klar. Er kommt aus vielen Jahren, in denen wir zusammen arbeiten, aus einem unserer Betriebe. Er ist ein toller Geschäftspartner, ein ganz guter Freund. Er hat schon alles, was er braucht, um Erfolg zu haben. Ich kann ihm viel Glück wünschen und viel Gesundheit. Der Rest ist etwas, was er schon hat. Und einen Teil muss man natürlich auch etwas dafür tun. Also natürlich auch arbeiten, die Leute zufrieden zu stellen. Aber so viel muss ich dem Jean-Marie nicht mitgeben. Er nimmt vieles mit. Super. Was ist denn etwas, was du besonders schätzt an seiner Arbeit? In was ist er wirklich einsame Spitze? Er ist sicherlich ein Schneller. Er kann sehr schnell die Leute einschätzen, was zu ihnen steht, wie sie aussehen müssen. Er ist vor allem kompetent im Farbbereich. Also eigentlich auf der ganzen Ebene ein sehr guter Stilist. Genau. Und da kann man auch froh sein, dass eure Zusammenarbeit an diesem Punkt ja auch nicht zu Ende ist. Soviel ich weiss, arbeiten sie noch weiter zusammen? Wo oder in welchen Valentinos wird er dann trotzdem noch anzutreffen sein? Ich glaube, dass die guten Leute, ob direkt oder indirekt, und vor allem, wenn man so eine lange Beziehung hat zueinander, nie werden auseinander gehen. Sie sollten irgendwie eine Verbindung bleiben. Und das ist auch in meinem Interesse, unabhängig von einem oder zehn Läden, wo er auch noch sonst auftun könnte. Ich glaube, da hat es einen Grundag, der unwichtig ist, wenn ein Laden aufgeht, jetzt da in Küsnacht, sondern die Gründschaft und die Zusammenarbeit, die ist eigentlich die Basis und die wird lange halten. Ja, auf jeden Fall. Dann Prost! Auf eine gute Freundschaft und ein florierendes Geschäft. Wir haben es gehört, nicht nur nationale, sondern sogar internationale, prominentste Wörter auf dem Schaumariss in der Frisierkünste. Wir wünschen uns im Team natürlich viel Erfolg mit dem neuen Salon und weiterhin ganz viel prominente Kundschaft. Die Sonderserie des Ford Focus STH ist da. Die Ford Botschafter Luca Ruch und Paloma Wirth haben die Chance, den neuen Wagen Probe zu fahren. Bevor der Fahrspaß losgehen kann, steht aber zuerst noch Posieren auf dem Programm. Mit dabei sind auch die Shopper. Dass Shopping nicht nur Spaß macht, sondern auch anstrengend ist, bekamen auch sie zu spüren. Dafür werden nun nicht nur ihre Taschen, sondern auch sie selbst vom Ex-Mr. Schweiz Luca Ruch ins Auto getragen. Doch damit nicht genug. Zusätzlich werden sie von Luca Ruch im Ford Focus STH direkt vor die Haustür chauffiert. Der Ex-Mr. Schweiz verrät uns, was ihm sein Auto bedeutet. Ich bin aufs Auto angewiesen. Ich liebe mein Auto. Natürlich, um zu meiner Booking zu kommen, bin ich aufs Auto angewiesen. Und es ist für mich aber auch ein gewisser Luxus. Nicht nur die Damen liessen es sich gut gehen. Auch der männliche Shopper durfte von einer exklusiven Fahrt mit Sängerin Paloma Wirth profitieren. Die Sängerin geniesst die kleine Spritztour und entpuppt sich sogar als Autoexperte. Ich bin vom Auto total begeistert. Ich fahre das Geschäft aus weniger Verbrauch. Statt 2,5 Liter, 2 Liter, 5 Zylinder, 4 Zylinder. Ein Auto zu schaffen, das trotzdem genauso viel Spass macht vom Sound. Verbrauch lässt sich auch absolut sehen mit 7,2 Liter. Es macht Spass, es ist wirklich cool. Und das Herz, die ersten 10 Modelle überkommt exklusiv, dass man die Beine mieten kann. Ich bin begeistert. Wer wie Luca Roch oder Paloma Wirth auch mal gerne in einem der limitierten Ford Focus STH sitzen möchte, kann diese ab sofort bei Herz mieten. Hallo zusammen, ich bin Simon Nickli und komme aus Münzigen. Mit dem zum nächsten Mal. Ein ganzer Tag mit seinem Lieblingssportler verbringen? Rivella macht es einmal mehr möglich. Zwei glückliche Gewinner haben ihr im Idol, der Orientierungsläuferin Simon Nickli, ganz nahe kommen. Und so sehen diese Sieger aus. Hallo zusammen, ich bin Andi Kellin, ich komme aus Seinfelle. Hallo zusammen, ich bin Fabienne aus Kerzers. Bevor Simonnigli für ihren Orientierungslauf losgezogen ist, hat sie mit ihren Fans noch die erste Route besprochen, die sie sich im Plan eingezeichnet hat. Während Simonnigli sich für die OL auf den Weg in den Wald macht, haben die Sieger zusammen mit den Rivella-Organisatoren dürfen ein kleines Schulhaus-OL absolvieren. Nachdem die Gewinner der Schulhaus-OL erfolgreich abgeschlossen haben, sind auch sie richtig waldlosgezogen. Um Simonnigli im Ziel zu empfangen, wartet sie dort auch bei den kalten Temperaturen und Schnee auf sie. Aber das macht ihnen gar nichts aus. Schliesslich nimmt man das für einen Tag mit der Lieblingssportlerin gern auf sich. Simonnigli Luder ist meine Lieblingssportlerin, weil es mich fasziniert, wie sie seit Jahren der gesamten Konkurrenz auf die Berndeutschaft um die Ohren säkelt. Simonnigli Luder ist meine Lieblingssportlerin, weil sie sehr authentisch ist, auch als mehrfache Mutter immer noch höchste Leistung bringt und als 20-fache Weltmeisterin. Begeistert sind die Fans nicht nur von ihrer Lieblingssportlerin, sondern auch vom Ohenlaufen als Sport an sich. Man bewegt sich in der Natur, man muss den Weg suchen, auf einer Karte muss sich montieren und dazu einander springen. Auch wenn die beiden Gewinnern kein Ohenläufer sind, haben sie schon ihre ganz eigene Erfahrung damit machen dürfen. Also in der Schule mussten wir noch einen machen, der ist recht in die Hose. Und jetzt gerade vorhin haben wir den Schulhaus-OL gemacht, bin ich schon fast in ein OL-Sie für ihn gekommen. Und dann ist es auch soweit. Simon kommt in einem Tempo ins Ziel angerannt und ist dabei nicht mal richtig aussen atmet. Auch für sie ist so ein Orientierungslauf im Schnee ein Abenteuer. Ja, es war speziell. OL im Schnee macht man nicht jeden Tag. Und ich muss sagen, ich mache es auch lieber ohne Schnee. Aber es hat immer Spass gemacht. Es war eine flungerige Atmosphäre im Wald. Und die Böste habe ich auch sehr gut gefunden. Es hat Spass gemacht. Simon Nicli geniesst mal die Zeit, mit ihren Fans zu verbringen zu können. Ja, ich finde es so schön, dass man merkt, dass die Leute einen mitverfolgen und jeden Tag Zeitung lesen und einem die Daumen drücken. Und es macht mir natürlich auch Spass, jemandem, der nicht so viel von uns versteht, diese Sportart ein bisschen näher zu bringen und zu zeigen, was mir eben so gefällt daran. Und so endet, dank Rivella, einen spannenden und lehrreichen Tag im Schnee, wo sowohl die Gewinner als auch die Simon Nicli nicht so schnell wieder werden vergessen. Wirklich was. Wie hat das denn? Ich frage mich?